jetzt ist alles im trockener gott sei dank muss jetzt nur rechtzeitig fertig werden wo ist der fette panda gegessen er war nämlich fett so ist mal besser warte mal ich nicht mehr generations dinge gut das war nicht besser ich versuche es trotzdem immer afk hat noch eine quest zu erledigen macht das viel spaß und hast du ein langes schwert was nie immer sagt wenn oder ich glaube ich kämpfe jetzt lieber ich versuche es zumindest ich wollte pumpen draufhauen das ist das ist das ist Okay, ist denn nur die erstmal? Oh Gott sei Dank. Da ist er. Fuck. fuck fuck komm zu mir näher heil dich gut wir vergessen sie ja noch mal ich habe da dinge gemacht ich habe da dinge ich habe da dinge ich habe da dinge ich habe da dinge gemacht 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 Nein, jetzt kommst du auch noch. Nein. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck. 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 No. Okay. Oh, 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 oh. Weiß nicht, ob sie es wussten. Aber ich habe es geschafft. Holla, die Waldfee. Ich wechsle gleich an den Rechner. Schwerte gucken, ja. Wieder Dark Quest. Dauert noch. Muss auf das Ziel warten. Okay, alles klar. Ich habe die Kathedrale gemeistert. Also, ich habe das hier drin gemeistert. Ich werde jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz in die Basis zurück. Das Schwerte aufwerten. Und dann... Holla. Ich zitterte gerade noch ein bisschen. Aber ist okay. Ist okay. Die hänge schon seit einer Stunde hier rum? Eineinhalb? Kann ich mal den Kaffee trinken, so sehr zittig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Das war gut. Das war gut. Und intens. Und überhaupt gut. Ich muss aber ganz kurz was ausschauen. Ja. Also, gefühlte Dauer für das Gebiet für mich unter zweieinhalb bis drei Stunden kommst du nicht durch. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Ja, gib mir ein Upgrade. Please. Oh Baby. Das tat gut. Okay. Take care then. Wie sieht es mit den Talenten aus, die mir hier noch fehlen? Ne. Ist immer noch nicht gut genug. Fünf. Drei. Habe ich hier von so? Okay. Okay. Dann können wir jetzt weitergehen. Ah. Nice. Nice. Das wird zwar eine Sackgasse sein, aber wahrscheinlich werden wir die Karte noch finden. Und das eine Item oder wahrscheinlich ein Bericht für den einen Typ mit seiner Quest. Und dann machen wir Somnia glücklich damit. Habe ich gehört. Ich hoffe, dass etwas aufstehen wird. Ah. Ich sehe das verloren da. Es ist etwas, das uns wartet. Bam. Somnia glücklich machen ist wichtig und richtig. Ganz genau. Ganz genau. Das ist sehr erstrebenswert. Was? Genau so, Somnia. Ähm. Wenn Somnia glücklich ist, bin ich auch glücklich. Und dadurch bin wir glücklich, glücklich. Glücklich. Ich gehe. Alter Furzkanone. Nein, 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 nein. Die Prüfung will ich nicht nochmal haben. Nö. Das könnt ihr selbst machen. Tschüss. Sonst schicken wir mal wen. Ähm, Loti, rüber mit dir. Oh, wir kommen hier doch nicht nach oben. Fuck. Scheiße. Oh, das läuft tatsächlich im Kreis alles. Da geht es gar nicht weiter. Ach, scheiß doch, die Wand an. Ich will da oben rauf. Das ist da drüben, da durch. Ja, okay, das ist tatsächlich dann, okay. Kommando zurück, andere Mistel. Etwas anderes zu tun, was besseres. Ja gut, beim Stream gucken, aber er kann es doch trotzdem nebenbei. Das kann er doch trotzdem. Wir haben ja eigentlich einen Shortcut geöffnet. Ach, egal. Wir teleportieren uns. Dann ist gut. Bevor ich mich verlaufe, Mistelzweig, jetzt Weihnachten zählen. Mistelzweig hat doch nichts mit Weihnachten zu tun. Habe ich noch nie gehört, dass es mit Weihnachten verbunden wird. Aber gut, ich habe mit Weihnachten ja auch erst recht nichts am Hut. Schlimmste Zeit des Jahres. Und dann kommt Carnival. Bei Carnival könnte es schon schlimmer sein. Irgendwie sowas. Doch, aber nicht bei uns. Achso, okay. Deswegen. Deswegen habe ich mich doch nicht geirrt. So. Weiter geht's. A new Bereich. Ein And I'm Ähm, du bist zu fett für die Brücke, ne? Das merkst du selbst. Okay, die ist verschlossen. Laut Karte. Ich lebe im Rheinland und habe den Carnival-Speakill verpasst und ich feiere das. Carnival-Speakill? Ach, der Elfter. Oh Gott. Ähm. Scheiße. Da oben ist noch eine Leiter. Ach, scheiße. Okay, jetzt wird's verwirrend. Ist nix gut. Ich verstehe das sowieso nicht, warum heute Carnival's Beginn ist und dann Carnival erst im Februar ist. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Stimmt, hier sind wir runtergesprungen. Äh, fuck. Müssen wir doch wieder zurück? Ach, scheiße. Wir kommen hier gar nicht weiter. Ach, doch. Doch. Ich seh schon. Ich seh schon. Da kommen wir weiter. Jetzt wird es witzig. Äh, du bist witzig. Brauche eine Ausrede, um monatelang zu saufen. Echte Alkoholiker brauchen keine Aus... Äh, ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Ich fühle das. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir das Item so auch nicht bekommen in diese Richtung. Okay, die eine Tür ist auf. Gut, da oben. Okay. Tschüss. Ach, du auch noch? Trotzdem getroffen, okay. Ach, ich dachte schon, ich hätte sie. Nein! Schade. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwo hätte runterspringen sollen. Gut, schauen wir mal. Kommen jetzt nur noch die Viecher hier? Die Wege sind extrem verwirrend, ja. Nein, ich habe nicht gefloppt. Nein, ich habe nicht gefloppt. Ich habe nicht gefloppt. Da geht es noch. Hm. Fuck. Ich war zu greedy. Ich war zu greedy. Hey, hey. Hi. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber... Du stinkst! Und da geht es dann auch wieder runter? Ah, okay. Ich habe dich geblockt? Hat das schlecht. Abgepupst. Ja, okay. Ist in Ordnung. Darfst du. Darfst du. Oh Gott, spiele ich gerade richtig schlecht. Ah, das ist das andere Ding. Okay. Aber ich habe fast die Befürchtung, hier geht es einfach nur weiter. Gut, merken wir uns, wir müssen dann rechts rein, um weiter zu kommen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir irgendwas vergessen haben. Hey, you've got sharp eyes. Ich habe ihn. Oder sie. Ja, stimmt. Das ist ja Big Mama. Ist ja auch Big Mama gewesen. Okay. Müssen wir. Wir müssen hoch. Ich möchte nichts sagen, aber ich glaube, ich habe meine Periode. Shit. Oh, hi. Ich glaube, etwas ist vor. Ist so springig. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Mir sehr, sehr leid. Wir sind doch ein ganz schönes Stück davon empfindet, wo ich eigentlich hin möchte. Aber könnte er jetzt auch da hingehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hey. Was geht? Was geht? Da hinten ist eine Karte. Da ist eine Mistel. Und da hinten. Und da hinten müsste das Item sein. Okay. Wir sind doch richtig. Wir sind doch richtig. Klassische Kamera. Alles klar. Checkpoint. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Auch erst Hermes über Rest 2 und 3. Und Speer über Rest 2. Nee. Genau, jetzt laufen wir umrum und da links ist das Item. Endlich. Und ist ein Bericht? Schadensbericht. Ja. Das geben wir direkt erstmal ab. Das geben wir direkt ab. Mal also doch nichts übersehen. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ja, bitteschön. Auch, um die Humanität von Monstern zu retten, ist eine massive Verlust der Ethik. Sie senden die, die bereits die Todesdrehen haben. Ist das nicht das Epitome der Inhumanität? Wir sind die Leben nicht. Wir sind die Todes. Wir sind nichts mehr als Träume. Ich muss dich umgehalten. Ich will Evidenz, dass... Mehr? Alles klar. Dann sollst du mehr haben. Let's have a break. Let's have a Kit Kat. Ich liebe Kit Kat. Also ne, ist das Katzenfutter, sondern die Schokolade. Um das mal festzuhalten. Und ich halte gerne Dinge fest. Ich gehe jetzt nun wieder nach oben. Wer bist du denn? Willst du mich natzen? Bestimmt. We might be able to move on without farting us. Easy. 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 wird das nicht mehr so bleibt wenn ich die also okay alles klar merke ich schon oder brauche ich drei jetzt insgesamt und ach so der typ ist einfach nur darum das fallen zu lassen alles klar ich habe verstanden verstanden so wer läuft jetzt hier drin rum und zeichen der ehre das besondere abzeichen jener die großes mit anderen geleistet haben okay okay wenn du das meinst okay ich dachte du machst ihn fertig dass mich behindert mir einfach tagslos geschädigt hier auf so einer ebene bestimmt jetzt einer der uns runterschubsen möchte jetzt bin ich aber enttäuscht jetzt bin ich enttäuscht ich kann mir vorstellen dass da der boss raum ist das sieht ganz stark danach aus schubst dich wenn du das unbedingt möchtest lass mal lass mal lass mal lass mal 31 prozent haben wir erst 31 prozent darf ich dich darunter schubsen nur wenn du mit runter fällst statt sie wird dann wird dann tut mir das zu Das ist dieser Gegner. Guck mal. Bam. Bam. So, die Tür ist jetzt bestimmt wieder verschlossen. Ja klar, die sind immer verschlossen hier. Gehen wir von innen auf. Oder durch einen Hebel. Ah, gleichzeitig selben gedankt mir. Ihr seid ja auch beide großartig. Danke. Das überrascht mich jetzt. Da hinten eigentlich jetzt noch ein anderer Weg. Gar nicht aufgepasst. Ich glaub nicht, ne? Ne, wir hatten jetzt nur den Weg hier hoch. Ne, keine Ahnung. Komme ich jetzt schon durcheinander, obwohl hier nichts zum verwirren ist. Bin gespannt, ob wir das Gebiet heute überhaupt schaffen. Zweifeln mittlerweile dran. Oh, achso, da drüben. Oh. Und hinten. Wo kommst du denn her? Sag mal. Das war jetzt uncool. Ach, von da oben. Wahrscheinlich. Ähm, tschüss. Ähm. Und hier ist er auch wieder versperrt. Ja, mittlerweile lenkt uns das Spiel schon in eine bestimmte Richtung. Hier könnte man runterspringen. Und dann kämen wir wahrscheinlich da rein. Geht's erstmal hier, ne? Nee, nicht so wirklich. Ich hab Angst. Da hat sie nicht gekriegt. Da hat sie mich gekriegt. Ich hab sie flachgelegt. Mit 1 Dolch. Gute Zusammenspiel, Mia. Richtig gut. Aber jetzt ist die Verwirrung wieder ganz groß, aber hier ist eine Sack. Das ist perfekt. Und hier ist eine Leiter, wo wir also irgendwann anders hier runterkommen. Jetzt noch nicht. Das heißt, es wird eine Shortcut. Maybe. Wie ist das denn verbunden da oben? Andere Seite wahrscheinlich. Da geht's wieder runter. Karte! Dann muss ich es entführen? Äh, ja, okay. Ich bin gleich da. Karte! Plus Sackgasse. Das ist in Ordnung. Ich mag Sackgassen. Really? So finde ich die in Ordnung. Aber das war jetzt die Karte für da drüben. Nicht für hier. 37%. Oh Gott! Eine Karte bringt nur 6%. Okay, das ist heftig. Das ist heftig. Und da keine? Das ist heftig. Nö. Okay. Da kann man wieder runterspringen. Oder waren wir ja schon. Dann kommen wir in das Gebiet, wo wir Karten haben. Eine Karte. Und hier ist schon wieder so ein fucking Geländer. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Wir können wieder aufwerten. Wir können wieder aufwerten. Aber erst mal gucken, wo wir sind. Oh Gott, ich habe 60.000 Dunst. Holy Macaroni. Ach ja, da hing einer. Den haben wir ja gekillt. Den haben wir ja schon gekillt. Da können wir jetzt eine Vorrichtung aufmachen. Äh, Tür aufmachen. Und haben jetzt von hier aus einen Shortcut geöffnet. Moment. Jetzt im Kreis gelaufen. Ach. Stimmt. Wir hatten doch einen Weg, wo wir runterspringen mussten. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo die Mistel war, ne? Egal. Ähm. Ja. Den ganzen Weg wieder zurück. Nee, müssen wir nicht. Stimmt, deswegen ist das hier. Damit wir dann hier entscheiden können, wo wir runterspringen mussten. Kann ich ja hier im Endeffekt wieder weiterlaufen. Alles klar. Das ist gut. Okay, das finde ich nice. Aber hier bin ich ja zum Beispiel auch noch nicht nach links gelaufen. Aber das ist eine Sack. Nein, doch. Ich habe nichts gesagt. Wo war das nochmal mit runterspringen? Das war hier, oder? Ja. Hier war das. Da kommt er. Chemisches Licht. Was macht es? Es chemischt. Äh, es leuchtet chemisch. So. Chemisch. Oder chemisch. Je nachdem, wie man das so sagt. Oops.